Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 34.600 US-Dollar. Wir traden weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau, während die Aktienmärkte deutlich abschmieren. Also da geht es ordentlich nach unten. Werden wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Ich sage schon mal so viel, S&P 500, ich glaube NDX sind mittlerweile ausgestoppt, nachdem wir gestern da Profite genommen haben. Also war ganz gut, dass ich da gestern gesagt habe, Stop-Loss-Entry und Profite in dem Pole hat gestern nochmal gesprochen. Aber so wirklich was Neues gab es da nicht. Aber die Märkte hat es deutlich nach unten gezogen. Bitcoin weiterhin deutlich stabiler unterwegs. Wie es da jetzt weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weiterhin gibt es ein kleines Merch-Paket bei BingX zu gewinnen. Also registriert euch da gerne. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es gibt momentan auch wieder ein cooles Event, wenn ihr gewisse Handelsvolumina erreicht. Oder im Endeffekt eins halt bei BingX. Könnt ihr so ein Rad drehen und Trial-Funds und was weiß ich was alles gewinnen. Also sehr, sehr coole Aktion. Schaut euch das gerne an. So, und damit gehen wir rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, bei 34.600 US-Dollar. Wir sind gestern positiv aus unserem Symmetrical Triangle nach oben hin ausgebrochen. Wir haben aber kein höheres Hoch erreicht. Und da sind zwei Punkte sehr, sehr speziell. Einerseits natürlich unser Schlusskurs, der, wie ihr hier seht, minimal drunter war unter diesem Hoch, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir haben technisch gesehen kein höheres Hoch gesehen. Dann, wie gesagt, wir haben unser technisches Preisziel auch noch nicht erreicht. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, von unserem Breakout-Punkt bis nach oben wäre das Minimum. Bei ungefähr 36.245 geben wir es von hinten nach, wären wir hier oben knapp bei 37.300 US-Dollar. Heißt, wir befinden uns momentan ein bisschen in der Konsolidierungsphase. Altcoins können noch nicht wirklich davon profitieren. Das ist das, was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, weil normalerweise, wenn Bitcoin Seitwärtsphasen hat, nach solchen impulsiven Einstiegen, kommt meistens eine Altcoin-Season. Das sehen wir momentan noch nicht. Wir sehen zwar eher so ein bisschen gemischte Gefühle, was hier derzeit abgeht. Manche ist ein Plus, manche ein Minus, also ein bisschen Zwiespalt hier derzeit. Dann bildet sich nach dem Symmetrical Triangle, nach dem positiven Breakout in Anführungszeichen, derzeit ein Ascending Triangle, also auch ein bullisches Chart-Pattern. Müssen wir aber auch noch ein bisschen gucken, wo dann im Endeffekt der Breakout-Punkt ist. Ich habe gestern zumindest mal den Long-Impuls hier rausgenommen aus dem Symmetrical, bin aber auch schon wieder auf Stop-Loss-Entry und Profite gesichert, weil ich diesen ganzen Markt momentan nicht traue. Wenn wir uns auch mal hier ganz kurz das technische Preisziel angucken, wäre natürlich kaum ein Unterschied. Nach oben hin würden wir dann auch knapp bei 37.000 US-Dollar landen. Das heißt, derzeit spricht vieles weiterhin für ein bullisches Momentum, dass wir auf Richtung 37.000, 38.000, 39.000 US-Dollar weiter ansteigen. Wir haben, wie gesagt, unser Rising Wedge, unser übergeordnetes Großes, da haben wir auch gestern im Livestream drüber gesprochen, der übrigens online ist, den könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt, dass auch hier die 37.000 bis 40.000 Marke eine sehr, sehr wichtige Marke ist für uns, die erreicht werden könnte. Errors-Eye und sowas mal komplett ignorieren, auch das Volumen komplett ignorieren, aber auch hier nach hätten wir die 37.000 bis 40.000 als technisches Preisziel, auch wenn es ein bearishless Chart-Pattern ist. Das wird auf jeden Fall heute im Laufe des Tages sehr, sehr interessant werden. Wie gesagt, ich rechne, es sollten keine negativen Impulse kommen damit, dass wir sogar hier weiter nach oben hin steigen können. Die Frage ist, können wir das im Endeffekt auch halten? Wichtig wird auf jeden Fall, sollte dieses Breakout stattfinden, dass wir zumindest mal einen Stunden-Close über unserem letzten Hoch bei 35.272 kriegen. Kriegen wir den nicht, das heißt, wir wicken drüber, schließen drunter, ist es absolut bearish und wir werden sehr, sehr wahrscheinlich erstmal eine Trendwende nach unten hin, ja, reinkriegen. Positiv, wie gesagt, trotz negativer US-Märkte ist, dass wir uns hier oben halten können und keine Korrelation sehen, das ist auch wichtig. Und dann schauen wir mal ganz kurz auf die Funding-Rates auf den ganzen Börsen. Und da muss man wirklich sagen, sie ist wirklich gut, wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken. Also wir haben bei Binance ganz normale Funding, OKX sogar ein bisschen niedriger, DYDX, also dezentrale Börse ein bisschen höher, Bybit normal, BingX normal, CoinX, also wir haben komplett normales Funding. Kein negatives, kein exorbitant hohes positives. Das ist alles sehr, sehr positiv, zumindest für uns, dass diese Bewegung weiter fortgesetzt werden kann und dass der Markt ziemlich ausgeglichen ist, was Shorts und Longs erstmal anbelangt. Deswegen müssen wir auch noch ein bisschen beobachten die nächsten Stunden, aber sobald es da irgendwelche Updates gibt, werde ich euch dann der Telegram-Gruppe natürlich Bescheid geben. Ansonsten gibt es, wie gesagt, sehr, sehr wenig zu sagen. Wir haben unser A-Sending-Triangle, Preis C37.000, Long-Position ist drin. Ansonsten Stop-Loss-Entry und der Rest, was so für die Woche interessant ist, haben wir einerseits im Wochenausblick darüber gesprochen und andererseits, wie gesagt, gestern im Livestream, die 31.8 sind ganz, ganz wichtig für diese Woche zu halten. Ineffizienz sollten wir hier runterkommen, wäre es maximal positiv, dass wir hier diesen Support bestätigen und dann nach oben hin durchballern. So, gehen wir mal kurz rüber zu Ethereum. Im Endeffekt gleiches Spiel, Golden Pocket ist hier das Ziel für den heutigen Tag. Ein richtiges Chart-Pattern haben wir hier derzeit einfach nicht, sieht man ja. Keine richtige, ja, Seitwärtsphase schon so ein bisschen, aber ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also hier würde ich ganz ehrlich mal ein bisschen warten Richtung Golden Pocket, Richtung 07, 86er, wenn da die Korrektur kommt. Ansonsten gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Und da seht ihr schon S&P 500 deutlich nach unten hin geballert, 4.160 bei den Futures. Gestern noch drüber gesprochen, Take Profit 1 genommen, Stop-Loss Entry, jetzt Position ausgestoppt. Da warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab. NDX nach dem Hit ins Golden Pocket, Profite genommen gestern, Stop-Loss Entry. Also auch hier nichts wirklich Bullisches. Die Märkte derzeit, vor allem in den USA, sehr, sehr schlecht. Wir kommen zwar jetzt hier in massive Support-Zonen, die wir hier sehen, aber muss man echt mal jetzt ein bisschen beobachten. Dow Jones ist glaube ich das Einzige, genau der hält noch, seht ihr auch hier mit dem Setup, der hält noch, aber ansonsten NDX Stop-Loss Entry ausgestoppt, SPX Stop-Loss Entry. Dow Jones hält sich noch mit einem doppelten Boden und DAX hält sich auch noch Gold. Short ist zumindest ausgestoppt, nachdem wir hier jetzt bei 1.987 waren, auch auf Stop-Loss Entry gestern Profite genommen oder schon eher. Und ja, Long-Position läuft hier weiterhin. Also das sind mal ganz kurz die Updates, tut sich derzeit wenig neuer Short, müssen wir mal gucken, eventuell hier bei dem Hoch bei 2.000 US-Dollar. Ansonsten würde ich jetzt hier erstmal die Finger von lassen und Gold erstmal noch ein bisschen marschieren lassen, weil die Lage im Nahen Osten schon wieder ein bisschen unklarer geworden ist. Deswegen, ja, auch hier erstmal abwarten. Das war nur ein kurzes Trade-Update von den Trades. Ansonsten, wer in der Gruppe ein bisschen aktiv war, hat gesehen, dass wir ein Short mitgenommen haben beim Euro-US-Dollar. Perfektes Ziel abgeholt. Golden Pocket hat nicht gehalten. Ansonsten Ziel, wie gesagt, haben wir im Wochenausblick darüber gesprochen, hier die 1,05 Euro gegenüber dem US-Dollar. Sonst tut sich ehrlich gesagt wenig. Warten wir mal ab. Später kommt auf jeden Fall noch ein kleines Altcoin-Update-Video wie jeden Donnerstag, das füllen wir jetzt Donnerstags ein. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tagen, erfolgreichen. Und wie gesagt, Bitcoin beobachten wir auf jeden Fall dann mal im Laufe der nächsten Stunden. So, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und ja, bis später. Und stay good.